In diesem Video möchte ich dir drei neue Funktionen in Excel vorstellen, mit denen man Text manipulieren kann. Das betrifft einmal die Text-Trennen-Funktion, die Text-Vor-Funktion und die Text-Hinter-Funktion. Viel Spaß beim Zuschauen! Wir beginnen mit der Text-Trennen-Funktion. Ich habe in dieser Zelle drei Namen, die durch ein Komma getrennt sind. Und ich möchte diese drei Namen in mehrere Spalten aufteilen. Und dafür nutze ich die Text-Trennen-Funktion. Beim Parameter Text verweise ich auf meine Zelle. Und dann landen wir im Column-Delimiter. Das steht für Spalten-Trennzeichen. Wir müssen also vorgeben, wie diese Daten getrennt werden sollen. Und bei mir werden diese Daten anhand des Kommas getrennt. Daher gebe ich Anführungszeichen ein, dann das Komma, dann nochmal Anführungszeichen. Und dann kann ich die Formel bereits schließen mit Klammer zu. Und schon werden mir die drei Namen in einzelne Spalten hier aufgeteilt. Das gleiche funktioniert auch mit einer Aufteilung in mehrere Zeilen. Ich gebe nochmal Text-Trennen ein, verweise auf meine Zelle. Beim Column-Delimiter geben wir nichts ein. Dann geben wir nochmal eine Semikolon ein und landen im Row-Delimiter. Also dem Zeilen-Trennzeichen. Und da geben wir wieder unser Komma in Anführungszeichen ein, schließen die Formel. Und schon werden mir die drei Namen in mehrere Zeilen aufgeteilt. In meinem nächsten Beispiel möchte ich die Daten sowohl in Zeilen als auch in Spalten trennen. Wir sehen, wir haben hier einmal das Komma als Trennzeichen und dann noch den Bindestrich. Und diese beiden Zeichen können wir dafür nutzen. Ich gebe ein Text-Trennen, verweise auf meine Zelle mit den Daten. Beim Spalten-Trennzeichen gebe ich das Komma ein. Und beim Zeilen-Trennzeichen gebe ich den Bindestrich ein. Dann kann ich die Formel schließen. Und schon haben wir aus dieser Zelle diese schöne Liste erstellt. Wir machen weiter mit dem nächsten Beispiel, und zwar das Trennen von Text mit leeren Werten. Wir sehen, dass wir hier einmal zwei Autos haben, Audi und VW. Und bei VW fehlt die Angabe, um welchen Fahrzeugtyp es sich hierbei handelt. Wende ich hier die gewöhnliche Text-Trennen-Funktion an, dann erhalte ich hier eine leere Spalte. Möchte ich die leere Spalte überspringen, dann gehen wir wie folgt vor. Wir springen in den Bereich Ignore Empty. Und da geben wir den Wert War ein. Und schon werden mir leere Spalten ignoriert. Und der nächste Wert wird einfach ans Ende angefügt. In meinem nächsten Beispiel habe ich wieder eine Aufteilung in Zeilen und Spalten. Und auch hier fehlt mir eine Angabe bei dem Autor Audi. Und wir springen nochmal in unsere Formel hinein. Gehen dann zu Ignore Empty und geben da War ein. Und dann sehen wir, dass mir in diesem Fall die Meldung Raute in V, also Wert nicht gefunden, ausgegeben wird. Und das Ja wird hier nach links gerückt. Und ich möchte nun diese Meldung hier durch einen anderen Wert ersetzen. Ich gehe dann nochmal in meine Formel hinein, springe zu Pad With und gebe da eine alternative Meldung zur Raute in V ein. Beispielsweise Angabe fehlt. Das Ganze auch wieder in Anführungszeichen. Und schon wird mir diese Fehlermeldung durch meine eigene Vorgabe ersetzt. In meinem nächsten Beispiel möchte ich diese Angaben in eine einzelne Zeile aufteilen. Ich habe hier jedoch das Problem, dass ich zwei Trennzeichen habe. Einmal das Komma und einmal den Bindestrich. Möchte ich also zwei Trennzeichen berücksichtigen, dann müssen wir hier geschwungene Klammern einsetzen. Und zwar wie folgt. Ich verweise hier auf meine Zelle. Dann gehe ich in das Spalten-Trennzeichen und öffne erstmal eine geschwungene Klammer. Dann gebe ich Anführungszeichen ein und gebe dann das erste Trennzeichen vor, Semikolon. Dann wieder Anführungszeichen. Dann gebe ich das zweite Trennzeichen vor, also den Bindestrich. Wieder Anführungszeichen. Und dann schließen wir das Ganze wieder mit einer geschwungenen Klammer. Nun können wir die Formel schließen. Und so haben wir dann mehrere Trennzeichen vorgegeben, die nur in dem Bereich Spalten-Trennzeichen berücksichtigt werden. Wir machen nun weiter mit der Text-For- und der Text-Hinter-Funktion. Mithilfe dieser Funktionen können wir uns bestimmte Werte aus diesen Zellen hier raussuchen. Ich beginne mit Text-For. Bei Text verweisen wir auf die entsprechende Zelle. Und beim Trennzeichen gebe ich in meinem Beispiel das Komma vor. Und schon wird mir der Wert ausgegeben, der sich vor dem ersten Trennzeichen befindet. So ähnlich funktioniert auch die Text-Hinter-Funktion. Hier werden mir sämtliche Werte ausgegeben, die sich nach dem ersten Komma befinden. In meinem nächsten Beispiel machen wir weiter mit Instance-Number. Hier können wir eine Trennung bei einem x-ten Vorkommen des Trennzeichens vorgeben. Zum Beispiel erst bei dem zweiten Komma. Wenn ich also hier eine 2 eingebe, dann werden mir sämtliche Werte ausgegeben, die sich vor dem zweiten Komma befinden. So ähnlich funktioniert das auch bei Text-Hinter. Da wird das zweite Komma genommen und dann werden mir sämtliche Werte nach diesem zweiten Komma ausgegeben. Anstelle einer 2 können wir beispielsweise auch eine minus 1 eingeben. Und da wird dann von rechts gesucht. Das heißt, das erste Komma von rechts wird genommen und sämtliche Werte danach werden mir hier ausgegeben. So ähnlich funktioniert das auch bei Text-Hinter. Ich gebe hier minus 1 ein und da wird mir das erste Komma von rechts genommen und mir werden dann sämtliche Werte vor diesem Komma ausgegeben. Das Ganze kann man in den Beispielen hier schön erkennen. In meinem nächsten Beispiel geht es noch um die Groß- und Kleinschreibung bei dem Trennzeichen. Ich gebe hier wieder Text-Vorein. Verweise auf die Zelle. Und diesmal habe ich als Trennzeichen das A. Ich gebe das A in Anführungsstrichen ein und ich gebe es hier in Kleinschreibung ein. Dann gehen wir auf Ignore Case und hier kann ich nun angeben, ob Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt werden soll oder nicht. Ich gebe hier zunächst einmal war ein. Das heißt, sie wird nicht berücksichtigt. Und schon wird mir hier die 10 ausgegeben. Wenn ich aber anstelle von war falsch eingebe, dann wird die Groß- und Kleinschreibung bei meinem Trennzeichen A berücksichtigt und dementsprechend erhalte ich hier keinen Wert, da ein kleines A in meiner Zelle hier nicht vorkommt. Und genauso funktioniert das natürlich auch bei der Text-Hinter-Funktion. Ich habe die hier einfach nochmal eingefügt und wir sehen, dass wir auch hier entsprechende Ergebnisse erhalten. Zu guter Letzt möchte ich dir noch den Hinweis geben, dass diese drei neuen Funktionen aktuell nur im Office-Insider-Programm verfügbar sind, da diese neuen Funktionen sich noch in der Testphase befinden. Dem Insider-Programm können alle Office 365 Benutzer beitreten. Hast du eine Version für Privatanwender, dann kannst du dem Programm beitreten über Datei, Konto und dann kann man das Ganze hier aktivieren. Hast du hingegen eine Version für Gewerbetreibende, also beispielsweise die Business- oder die Enterprise-Version, dann kann man das Ganze nur über das Deployment-Tool installieren. Sobald die Testphase abgeschlossen ist, werden diese neuen Funktionen dann auch für alle Office 365 Benutzer verfügbar sein. Das war es soweit von mir. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann einen Daumen nach unten. Abonniere diesen Kanal, um neue Videos nicht zu verpassen. Ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.